Herzlich Willkommen zu einer Runde Ultimate Chicken House mit dem Paradox. Moin, ich bin Waschbier und er ist Chamäleon und wir spielen direkt bei der Pyramide, weil es so interessant ist. Ja? Nein, ich habe wieder. Ja gut. Aber ich finde es nicht so spannend, wir sind beide Loops. Ja, wir können nichts. Also nimmt es nicht übel. Wir hatten eine von uns war ein Strip-Tier. Ich war so klar, ich kann die Stelle noch nicht. Ja, ist klar. Easy. Geschenkte Pumse. Ich finde es so schön, die T-Rex an diesem Golfball oder was auch immer. Es stinkt. Golfball. Ich finde es sieht aus wie ein Golfball. Ja, es ist ja auch reiner. So. Den Teleporter vergesse ich nicht. Doch, den vergisst du. Du vergisst den Teleporter. Und natürlich, jetzt wo ich hier den Tampolin als Absicherung hingestellt fand, ich habe es auch ohne. Vergesst den Teleporter. Was? Was? Was soll ich vergessen? Ah, echt. Ach ja, stimmt. Genau, setz mal hin. Was? 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 Jetzt kommt das Ziel! Oh! Upsa! Er hat jetzt über die Merck gesprungen und dann gestorben. Ich habe einfach keine Punkte. Honig! Nein! Das funktioniert doch nicht! Ja, ich weiß dennoch! Es ist trotzdem interessant, ne? Hauptsache es bewegt sich alles und ich habe Schiss davor. Weil sich alles irgendwie... Ach, wieso? Ja, easy! Nein! Scheiße! Scheiße! Okay! Auslieglichen! So, endlich! Ja, das hole ich ein! Das war mit Absicht, ne? Ah, genau! Das war mit Absicht! War mit Absicht! Alles mit Absicht! Oh! Ich habe nicht daran gedacht, dass... Ich habe nicht daran gedacht, dass so die Dings sind. Die Kreissägen. Und ich habe jetzt gerade Schiss für den Kreissägen. Vorsprung ausbauen und... Nein! Fall einfach rein! Fall rein! Deswegen habe ich da das Trampolin stehen. Das ist das Todesportal. So, ich habe es jetzt noch einmal vereinfachen. Die Tür. Mann, war das lächerlich! Ja, jetzt... Nein! Ich bin so dumm! Ja, und... Deswegen würden wir irgendwie diese Map, weil wir unsere... Wow, diese Auswahl! Dämmlichkeit zu gut beobachten können. Nein! Ähm... Was hast du getan? Nein! Meine Maschine! Meine unglaubliche Maschine! Die Maschine! Die Maschine des... Ich bin doch... Ach! Ich bin doch... Es sind beide dämlich! Nein, unbedingt Trampolin springen! Ja, wenn es doch so schön Trampolin springen! Ja, wenn es doch so schön Trampolin springen! Komm, Maschine, das ist mir was! Teich mich nicht! Nein! 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 Mein Trampolin! Ich bin so schwarze! Ich... 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 Hasse es! Oh... Ja... ...dass... Das... War dann ziemlich auch wirklich! Easy! Endlich! Mein dumm Fehler von eben ausgeglichen! Ah... Unsere Ja! Ja! Prozent das ist sein kriegst du nicht ja das ist Sturm die unnötig Prozent ja 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 falle 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 danke dir hat mir weitergeholfen sehr man jetzt ist es sogar in einem Vorsprung einer und eine Falle noch Vorsprung nein ja kombinieren wir uns beides ernsthaft ja das fliegt jetzt ins schwarze Loch nein das fliegt komisch nicht aber die die Pfeile machen mir jetzt gerade angst ach wieso denn nein was das für eine Todesfalle ist auch überall bewegt sich was und dann kommen Pfeile von unten manchmal ja mal sehen ob es dadurch noch schwerer wird wir schaffen es ja jetzt schon nicht das ist so verrückt irgendwie das war die warte ist das ist wirst mein freund hier das hast du davon von was nein die letzte runde theoretisch selbst wenn ich selbst wenn du gewinnen würdest wenn ich mich selbst umbringe hast du im grunde direkt verloren also gemein wisst ihr mich ja aber es ist ja gar nichts mehr jetzt will ich sehen wie du das schaffst du bist das ultimate chameleon ultimatives chameleon ich bin das ultimatives chameleon ja und ich würde sagen wir gehen dann in die nächste runde bei was denn ist denn los ok ich glaube ich will mal sehen wer richtig liegt und wer gewählt wird das mit mir die ganze das genau mich als ob das genau mich dreht ja was soll eigentlich am ende gewinne ist das ich bin da so beinahe danke für den free kill stirb 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 bitte komm komm eisklotz der von oben ich bin tot man sieht es auch mein punkt ist dann der wollte ich einfach nicht mehr aufhören nein 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 ich weiß dass du vorst das trifft ist da kannst du dich ablocken ich habe mich bewusst auf welcher höhe der ist steh mal steh mal steh mal einfach nein lieber kein risiko ok die falle die falle ist besser als ich gedacht habe hier nein nein ja das saß sogar das hat zwar dieses mal nichts gebracht so dumm bin ich nicht ach scheiße ich habe nicht daran gedacht dass herr darunter geschoben werden und meine eigene falle hat mich selbst umgebracht aber es ist zugeschoben am eisblock der urlager 4 ja mann das war ja 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 da halt verdammt einfach nein ne ne ich machs nicht kaputt nur was mag ich damit ich habe es natürlich nicht getroffen das das ist böse oh oh scheiße ja ja aber vorhin hat das doch doch stimmt die Schocker an der Truppe ok hol dir gönn dir noch ne Treppe noch ne Treppe sauu ich trau dir nicht ich trau dir nicht scheiße scheiße wir sind beide zu ja wir haben wir waren uns zu schwer obwohl wir eigentlich noch nicht viel gesetzt haben ja irgendwie ist das vielleicht nur wie das ist traurig ja ich mach Eis auf Eis das bringt's super mega hyper aussieht das jetzt ich habe meinen eigenen vergessen so wieso nein nein ja weil ich zu gierig war mal wieder danke für den Rundensieg quasi mal so oh nein oh nein oh nein hyksä verscheid hm paradox getötet in der Aufnahme von ultimate chicken horse und mich auch Ja, selbst mal zurückzieht's hier. Ich kann jetzt schon den, äh, das, äh, äh, Funktale für diesen Part. Das wird lustig. Bitte. Hier ist noch eine schöne Tür hin. Hier ins Eskimo-Haus. Iglo, hier ist noch eine Tür. Wieso? 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 Ich wollte doch lustig. Ich bin auch tot. Ja, das, ja, das Kranzbein an Dummheit. Ja, ich weiß aber, wo ich hin muss, aber das ist zu schwer für mich eigentlich ein bisschen. Ich weiß auch, wo du hin willst. Wie? Ja. Ach, das bleibt hier hinten dran hängen. Und du lebst da? Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich es mache. Was? Hast du eine Idee? Ja. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich nicht. Das wird funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Doch. Nein. Nein. Ich habe schon Zeit. Danke. Ja, schön. Ja. Nein. 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 Das habe ich wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Letzte Runde. Jetzt wird es nochmal interessant. Nein, das hält mich nicht so. immer wieder gut. Da kann ich nicht hier rauskacken. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine T-Sonne-Leute. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine T-Sonne, die ich vermute. auch mal sind. Ich habe keine T-Sonne-Leute! Sie hat eine T-Sonne-Leute. Jetzt wird's spannend. Das war super dämlich. Was? Ich bin doch gesprungen. Das ist kein Schiff. Komm Schiff. Tschüss. Oh Mann, das war richtig. Schnellschiff, fahr schneller. Ich will mitkommen. Nein, wir haben das zweite nicht mehr geschafft. Ohoho. Komm, schneller Schiff. Los. Komm. Nein, nein. Das ist halt so. Ich hab nur so da so ne Platzzeitgeschäft. Mann, wir haben uns beide so dumm angestellt. Ja. Ja. Ja, das war's dann erstmal für heute. Ja, wir haben gut geliebt. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz der vielen Fails und gebt auf jeden Fall ein Like, wenn's gefallen hat. Und lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns demnächst schon in der nächsten Runde vielleicht nochmal, Ultimatic Notes. Das ist falsch. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Ja. Ja.